Hallöchen, ich bin Andrea, Familie Fotografin aus Rostock. Seit 2008 bin ich als Fotografin unterwegs und seitdem ich 2012 Mutter geworden bin, war mir schnell klar, ich möchte Familien fotografieren. Vom Babybauch bis hin zu Fotos mit den Großeltern. Ich möchte die Art, wie ihr als Familie verbunden seid, für mal einfangen. Es macht mich einfach glücklich, euch glücklich zu machen mit Fotos, die euch so zeigen, wie ihr wirklich seid. In der Natur oder am Strand, aber vor allem da, wo ihr euch wohlfühlt. Bei mir sind meine Shootings keine steifen Posen, sondern es ist eher wie ein Treffen mit Freunden. Ich möchte das vor allem eure Kinder nach dem Shooting sagen, das hat Spaß gemacht. Es soll ein schönes Erlebnis sein für die ganze Familie. Seht es als kleine Austritt vom Alltag an. Und bei mir dürft ihr toben, laufen, lachen, kuscheln. All das, was euch ausmacht. Durch meine zwei eigenen Töchter kann ich mich sehr gut in eure Kinder hineinversetzen und verstehen. Und nach jedem Shooting komme ich dann immer ganz beschlügelt und beseelt nach Hause. Ja, es war wie ein Treffen mit Freunden. Ja, es war wie ein Treffen mit Freunden. Ja, es war wie ein Treffen bist.